Hi, in dieser Session beschäftigen wir uns mit den MIDI-Kanälen und den MIDI-Modes. Was sind MIDI-Kanäle? Über ein MIDI-Kabel können 16 MIDI-Kanäle übertragen werden. Wir haben bereits gesehen, wie der Node-On-Befehl aufgebaut ist. Wir haben einen Statusbyte und zwei Datenbytes. Das Statusbyte sagt nicht nur, dass es sich um einen Node-On-Befehl handelt. Es enthält vier Bits, mit denen der MIDI-Kanal kodiert wird. Das heißt, wenn man auf einem MIDI-Keyboard eine Taste drückt, so wird nicht nur übertragen, dass eine Taste gedrückt wurde, welche Taste gedrückt wurde und wie fest sie gedrückt wurde, sondern auch, auf welchem Kanal dieser Befehl gesendet wird. Dass es unterschiedliche Kanäle gibt, ist sehr nützlich. Man kann zum Beispiel einen Synthesizer so einstellen, dass er nur auf Befehle hört, die auf Kanal 1 gesendet werden. Und einen anderen so, dass er nur auf Kanal 2 reagiert. Dann kann man am MIDI-Keyboard den MIDI-Kanal umstellen und somit einen Synthesizer auswählen. Man kann sein Setup aber auch so konfigurieren, dass ein und derselbe Synthesizer auf MIDI-Kanal 1 einen Piano-Sound spielt und auf MIDI-Kanal 2 einen Streichersound. Wie ein Gerät auf die verschiedenen MIDI-Kanäle reagiert, hängt mit dem MIDI-Mode zusammen, in dem ein MIDI-Gerät sich befindet. Insgesamt gibt es vier MIDI-Modes oder MIDI-Betriebsarten, wie man auch sagen kann. Den Omni-Mode, den Poly-Mode, den Mono-Mode und den Multi-Mode. Es gibt Geräte, die nur einen MIDI-Mode beherrschen. Es gibt aber auch Geräte, bei denen man einen MIDI-Mode auswählen kann. Hierbei gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, den Modus direkt am Gerät selbst umzuschalten oder aus der Ferne per MIDI-Befehl. Sehen wir uns nun die MIDI-Modes im Detail an. Der Mono-Mode Im Mono-Mode werden dem Empfänger mehrere MIDI-Kanäle zugeordnet. Dabei erhält jede Stimme des Empfängers einen eigenen Empfangskanal. Man braucht also für jede Stimme einen eigenen MIDI-Kanal. Der Mono-Mode gilt heute als veraltet und wird nicht mehr verwendet. Der Omni-Mode Omni heißt alle. Ein Gerät im Omni-Mode empfängt auf allen 16 MIDI-Kanälen. Der Empfänger führt hierbei alle Befehle aus, die er versteht. Da der gleichzeitige Empfang von 16 Kanälen kaum sinnvoll ist, findet diese Methode im realen Betrieb nur selten Verwendung. Der Omni-Modus bietet sich aber oft zu Testzwecken an. Der Poly-Mode Poly heißt viele. Im Poly-Mode hat man viele Geräte und jedes empfängt auf nur einem MIDI-Kanal. Versetzt man ein Gerät in den Poly-Mode, so kann man diesem Gerät einen MIDI-Kanal zuweisen. Nur auf diesem einen Kanal können dann Daten empfangen werden. Der Poly-Mode ist üblicherweise nur bei Geräten zu finden, die lediglich einen Sound zur selben Zeit wiedergeben können. Multitimbrale Geräte haben diesen Modus üblicherweise gar nicht. Der Poly-Mode gilt als Standard-Modus für Effektgeräte und Synthesizer, die zu einem Zeitpunkt nur einen Sound wiedergeben können. Der Multimode Der Multimode ist der letzte der vier Betriebsarten. Er ist der Nachfolger des Mono-Modes und hieß darum früher auch Mono-Mode 3B. In Anlehnung an den Mono-Mode werden dem Empfänger auch bei Multimode mehrere MIDI-Kanäle zugeordnet. Der Unterschied ist allerdings, dass dabei jeder Sound seinen eigenen MIDI-Kanal erhält. Heute ist der Multimode der Standard-Modus für multitimbrale Instrumente. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Fassen wir das Wichtigste zusammen. Es gibt 16 MIDI-Kanäle. Welcher Befehl welchem MIDI-Kanal zugehört, wird über 4 Bits im Statusbyte kodiert. Bei Geräten im Mono-Mode spielt man mit jedem MIDI-Kanal eine eigene Stimme. Das ist veraltet. Ein Gerät im Omni-Mode empfängt auf allen Kanälen. Dies ist für Testzwecke oft praktisch. Geräte im Poly-Mode reagieren nur auf Befehle mit einem bestimmten MIDI-Kanal. Dieser Modus ist der Standard für Effektgeräte und Klangerzeuger, die nicht multitimbral sind. Im Multimode bekommt ein Gerät mehrere MIDI-Kanäle zugewiesen. Und zwar spielt jeder MIDI-Kanal einen eigenen Sound. Dieser Modus ist heute der Standard für multitimbrale Musikinstrumente. Alles klar? Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.